Komm, komm, da! Jo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Schnürbachs Kanal. Auf meinem Kanal, richtig arm, da ich nicht selbst reden kann. Hallo! Lego! Heute mal ein paar Bauklötze. Wie fandst denn du Manchester zum zweiten Mal? Jo, ich fand's eigentlich relativ geil, bis auf die erste Schiffsfahrt so. Da wurd's zu schlecht. Da wurd's mir schesch. Vor allem noch im Hostel hab ich das Schiff gespürt, wie es geschaukelt ist. Bin rausgeflogen. So, Hilde, wir müssen das schaffen. Hast du ne Spitzhacke dabei? Sehr gut. Ihr macht Pop! Ja! Fuck! Oh, einen hab ich! Den mit dem Schwert. Ich hab beide! Jetzt hol's Bett! Wie denn? Ohne Spitzhacke! Scheiße! Wie, da liegt bei dir einer im Bett drin? Ja, daheim halt. Oh! Was ist die Hobby los? Lass andere Leute bei dir rumpennen. Ich würd's nicht machen. Tschüss! Zu schlecht! Nein! Hilde! 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 Ja! Ich hab mich geoffert! Oh! Ja! Doch! Endlich mal was erreicht im Leben! Achtung! Er kommt! Hilde! Hilde! Nein! Nein! Und du denkst mir so, fuck mal einfach nicht! Hilde! Was ist das denn jetzt? Geiles Sex-Erpecht! Oh Gott! Schleber! Ja! Ich hab ihn! Ja! 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 In all-time hab ich, dass das ist. All! 6.000! In all time, Digga, in all time. Ich hab! Warte! Halt dich fest! Halt dich fest! 136 oh kommsch lieber drauf da ja gut hol bett hol bett ja wie denn ich habe nichts zu bauen sehr gut da ist doch einer oben hab ich gut ich hole mir den ohne wenn es klappt das ist eine scheiß idee weil er fast full dia ist danke danke dass wir alles abstaubs gehen in die mitte hast du gehört ja okay warte warte oh gott hier ist hier einer was wir mal sagen können hab ich jetzt lass mir auch mal hallo ich nehme ein paar blumen mit ihr beide schöne frau es gibt blumen das ist ein rohner gefallen tut mir leid fuck komm lauch hey oh gott schmeißen hier runter nein ja richtig cool erst mal hier verrecken ich habe ja ich habe nichts aber wir haben gewonnen geil ja ich bin jetzt auch in meinem clan sehr gut oh gott ich bin grad so nah am block digger ja geil es sind hier zwei ich könnte so hart kotz absetz so ein sack hat eben na hilde denkst du wir gewinnen diese runde ja warte warte oh was wie sie sich hochbauen richtig fett ja ich hab auch meinen schock nein hinter mir hinter uns fuldierde wie kann der als fuldier sein ahhh gut leute wir sinds dann der nix folge von Olaf bis Olaf und Schlillre genau tschüss